Satellitenempfang ist eine feine Sache. Nur das perfekte Ausrichten der Antenne kann mitunter etwas nervtötend sein. Mit dieser kompakten Box gelingt Ihnen das aber nun schnell und einfach. Lässt sich in der Nähe der Satellitenschüssel kein TV-Gerät aufstellen, ist der digitale SatFinder mit beleuchtbarem LCD-Display das ideale Hilfsmittel. Das Profimodell wird einfach zwischen Ihrem Receiver und die Satellitenschüssel gesteckt. Die Stromversorgung erfolgt dann direkt über den Receiver. Mit Hilfe des Kompasses legen Sie zunächst die grobe Ausrichtung der Satellitenschüssel fest. Anschließend erledigen Sie die Feinjustierung professionell mit Hilfe der präzisen Empfangsstärkenanzeige. Bei Bedarf können Sie die Ausrichtung auch mit einem variablen Summton optimieren. Schon nach wenigen Minuten heißt es, zurücklehnen und hunderte von TV- und Radiosendern genießen. So stressfrei gelingt das aber nur mit diesem Satelliten Finder. Also bestellen Sie jetzt.